Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass ich auch trotz meiner Verletzung jetzt, dass ich eine Saison nicht gespielt habe, das Vertrauen bekommen habe, noch weiter hier zu spielen und ich glaube, ich bin hier genau richtig, um einfach wieder zu alter Stärke zu finden und darüber hinaus einfach mich auch noch weiterzuentwickeln und besser zu werden. Ich fühle mich einfach mega wohl hier. Es ist einfach sehr, sehr familiär und wir werden von Jahr zu Jahr einfach besser, haben große Ziele und auch das Spielerische, der Spielstil, das liegt mir einfach. Und ja, wir arbeiten sehr, sehr professionell und ambitioniert und ja, das passt zu mir. Ich bin jetzt seit knapp acht Monaten in der Reha und wir sind jetzt so ein bisschen in der Übergangsphase, auch wieder zurück ins Mannschaftstraining. Das sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Ja, jetzt wird noch so ein bisschen der Feinschliff gemacht, noch mal ein bisschen Krafttraining einfach, um mich wirklich hundertprozentig fit zu machen, auch Ausdauereinheiten. Und ja, dann mache ich schon individuell Sachen auf dem Platz, um einfach diese Abläufe wieder rein zu bekommen. Die Zeit ging sehr, sehr schnell rum und war für mich auch gar nicht so negativ behaftet, muss ich sagen, im Nachhinein. Also ich konnte auch viel mitnehmen, aber natürlich freut mich einfach riesig, dann wieder auf dem Platz zu stehen. Jeden Tag irgendwie kicken zu können, das, was ich am liebsten mache und ja, dann auch wieder mit den anderen auf dem Platz zu stehen. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Primär sind meine Ziele erstmal natürlich wieder fit zu werden, erstmal wieder zurückzukommen, mich einzufinden, ja einfach wieder zu meinem Spiel zu finden, Spielminuten zu sammeln. Und dann möchten wir natürlich als Team jetzt wieder international spielen und da dann auch auf jeden Fall was erreichen. Jahr für Jahr besser werden, mehr Punkte holen und ja, vielleicht mal auch an die ersten beiden Plätze ranschnuppern. Jahr für Jahr für Jahr. Ja, 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 vielleicht mal wieder mal. Nachhinein. Jeden Tag. Ja, ja. Wir wiederholen. Nachhinein. Vielen Dank.